ich bin im spiel aber ich lade dich mal ein ach so die staaten und bis bist du der blau ich habe keine ahnung helfen spielst du jetzt ich kann bei beiden figuren jetzt was auswählen wer bist du jetzt meine ich kann auch bei beiden figuren den helm also ob bedeckung loben game bad benötigt eine ahnung all die mucke ist geil wirklich rausgeschmissen aber bei mir ändert sich da nix müsste es ja theoretisch im stream sehen wie es ausschaut ich bin eingeladen wieso steht der gamepad benötigt das wäre jetzt ein richtiger reinfall wenn wir es nicht starten können ich verstehe es nicht wie starten wir das jetzt ich hab dir jetzt auch mal eingeladen jetzt ist dann ladebalken jetzt bist du drin jetzt steht dann hacken verbunden start des teams blieben was ja noch mal ich bin ich drücken mal kann ich irgendwas aus jetzt habe ich jetzt nicht gerafft bewegst du den schon ich mach grad gar nichts ok und ich auch das fff bayern das ist ein bayerisches studio oder was ok was sonst ups und 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 ach da werden wir gerade erstellt oder was und 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 da du das ist so logisch der blaue passt zu dir und mit so zwei ausreißer damit gut kann man es ist cool dass man es zu wenig zu zweit machen kann so man muss groß sein damit man nicht aus ja 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 da man spielt meine gegeneinander es sind die punkte oben das ist mehr das muss was da hoch siehst du das tutorial und bin ich da mal klein und du musst doch groß sein das ist nicht was ist denn hier unten wenn man aus dem bildschirm draußen ist ich glaube da müssen wir zusammen auflegen gewicht ich komme da recht gar nicht runter was so dass ne band moin tiger was das ist ja das ist man noch nicht so ganz ich bin zum ersten mal so irgendein koop game sein werden wir bock auf ein koop spiel das haben wir schon gekauft das ist schon relativ lang her links ist wiederholen wahrscheinlich recht wenn das menü so kompliziert ja das muss das dann zeit ach so man kann jetzt jedes ding noch mal wiederholen mit aber mit zeit okay fluchtweg stand und jetzt machen wir auch mal das labor ist aber schon sehr altes spiel also hat er sich jetzt gefreut hat er sich meine punkte eingesnackt hat das kann ja nicht wahr sein also man kann sich im wasser nicht warum stehe ich denn da ich verstehe man darf sich nicht größer machen wenn es da so wenn das eine wand alles klar alles klar alles klar okay ich bin gerade ein bisschen doof ok moment moment auch danke wunderbar alter lassen wir auf der rechten seite bitte snack nicht gleich über die punkte weg du bist näge ich bin okay zusammen ich glaube ist so wichtig einfach dass einer von uns beide hat okay ich springe auf drei und dann musst du schalten 123 ja ideal und wieder zurück wieso meine ich übernommen wir müssen das irgendwie so machen dass wir da nicht groß muss wunderbar das ob ich dazu schnell runter gegangen bin und das ding mich eingequetscht hat das ist nicht dein ernst also warten bis ich ganz hinten bin ok ich mache noch zurück ja wobei ich bin auch noch springen müssen es geht überall du musst gar nicht daneben stehen oder was was los sind meine points in der luft das spiel dauert auch keine 20 stunden zwei sterne was muss man denn besser machen 70 sterne ja wir haben noch oder vielleicht mal ist zeit ding machen ja ich kann mir vorstellen dass man flächen stirbt stirbt mehrere flucht weg die unteren kleinere dinge sind zu so so neben missionen ja ich glaube die kümmerung trägt mir erst wenn wir das oben geschafft haben es wird hochgehoben Ah, jetzt können wir uns nicht mehr beide kleinen so also wenn ich gut drückt dann da muss man echt müssen wir echt ansprechen also ich mache groß ich jetzt durch da muss ich ja hochkennen oder Aber ich muss dich überlegen du kannst es gar nicht selber machen jetzt nicht mehr anscheinend ja was machen wir jetzt noch ah ok ich verstehe da ist sie muss ich eine blaffe ja ja ich muss groß groß er ist cool spaß so das ist das nur wenn ich es loslässt rennt von alleine also du musst es dann selber timen was mit dem point da oben soll ich noch mal probieren nicht angst habe ich glaube nicht da 1 2 3 versuch 1 wenn wir das machen sollen weil wenn ich fett bin vielleicht 1 und zurück ach du wichser es ist ein bisschen schwersteil muss ich sagen aber die kann ich jetzt so holen wenn man irgendwie zum lager ja die werden die zählte points verstehe ich dann aber nicht warum das so komisch gemacht wird das heißt warum die nicht einfach zusammengezählt werden jetzt können wir unten das test ist lustig Oh, groß. Achso. Oh, sorry. So an arsch. Ne, muss hier durch? Achso, man kommt da durch. Loll. Hä? Kannst du mich hier hochwerfen oder so? Wenn du zu mir kannst du mich... Loll! Loll! Loll. Das kann man. Oh, okay. Kannst du das alleine schieben? Nee, ne? Okay. Hoch und runter, glaube ich. Ah, okay. Und was? Musst du denn, du musst da durchgehen oder man kann auch bestimmt durchgehen. Das musst du hochbringen und das andere runter. Ich habe mir letztens War of Rights gekauft, kenne ich gar nicht. Und was gibt es da? Was ist das? Kennst du das? War of Rights. Was hat mir nichts? Jetzt aber die Frage, wie kommen wir denn dahinter eigentlich? Warte kurz, warte kurz. Da ist ja noch ein Point. Kannst du mich hochschmeißen oder so? Das ging vielleicht noch. Warte zu zweit. Ah, na. Skull, wo hast du A0701 gekauft? Äh, das gab es mal kostenlos. Das war bei irgendeinem Event. Da gab es 1701 historische und 1404 historische kostenlos auf Ubisoft. Da bleibe ich schon länger her. Hä? Das sind jetzt wieder mehr Point? Da müssen wir nicht hoch. Ich mache mal zurück. Ich bringe zurück. Irgendwie hoch, oder? Ja, gefühlt. Nein! Ach so, ich muss sich wieder überdenken. Ähm. Ja. Okay, jetzt kannst du rüberspringen. Ah, okay. Wow. Achtung. Er hat. Nee, doch. Und. Ah. 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 Ich kann es ja erst mal darüber tun. Kann ich da. Ah. Nice. Oh Off-right ist ein Ego-Shooter, wo man zur Zeit vom amerikanischen Bürgerkrieg spielt. Union vs. Convite. Ich glaube, jetzt wo du sagst, ich glaube, ich habe sogar so ein bisschen im Kopf, glaube ich, das Spiel. Echt, ne? Mir sagt das überhaupt nichts. Immer 55 Punkte. Ich habe aber immer was gesehen. Die ganze Zeit haben wir 55 Punkte. Ich glaube, das ist wirklich, wenn du darfst nicht sterben, dann kriegst du vielleicht alle. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe jetzt drei Tutorials erstmal machen, bevor wir das nächste Level... Hä? Müsma, ah, okay. Sooo! Ah, ich verstehe. Ja, und wie ist das Spiel, Warfreud? Wie teuer ist das? Ja, ich sehe. Ja. Äh. Ich glaube, ich packe... Nein, ich packe rum. Und bei mir war ein bug. aber läuft eigentlich nur mit einem muskete rum oder und schießt die ganze sind auch cool nur ablegen oder 30 euro das hat einmal schön umschriebene und 30 er lässt es manchmal von alleine los kann es sein ja das ist halt über diesen realistischen dann dass man keinen und wie bist du da hochgekommen du bist aber noch nicht fertig oder schon weg teleportieren hier stehst du noch da dass du noch nicht durch bist ich bin auch noch irgendwie steht jetzt überspringen also bei mir steht dass du es noch nicht abgeschlossen hast ja das ist glaube ich verpackt weil ich bin eigentlich schon längst draußen ja bei mir sind aber grüne zwei grüne ball ist eines leutes ist asynchron also auf übersprung drücken also kannst du drücken noch mal neu starten level neu starten vielleicht warum wirfst du immer automatisch nach oben was bin ich jetzt weg bei dir nee ich habe mich gerade teleportiert ich zähle bin ich auch gerade weg bei mir schmeißt du den zweiten knopf machst du den zweiten knopf nicht überspringen drücken auswahl ja es ist sehr easy normal ist ja ok moment mal kurz aufpassen was mache ich denn hier so jetzt ist bei dir grün oder was warte ich hoffe noch mal aber wieso ist es jetzt jetzt bist du ich muss mit einem strip damit das grün bekommen bist du bei dir gesprungen nein aber es hat gereicht damit grün wird bei mir 25 euro kostet genau ja ich weiß nicht also solche spiele das ist wahrscheinlich ein early access spiel oder finde ich immer schwer 25 euro ist nicht wenig geld muss ich sagen wirklich gewerfen ja ich glaube schon da müsstest du hinkommen ich kann nicht nach oben schmeißen warte ja ich habe doch es gedrückt ich drücke doppelt jetzt muss ich dich nehmen dann kann ich diese eine lemon squeezy muss schmeißen von 2018 ist aber noch in der alpha aber fühlt sich so an als wäre schon fertig hast du es auch nicht bekommen ich kriege die krise alter wie sollen das jetzt gehen ich mich hier drauf kannst du von der drüben rüber springen kannst du dich alles ist jetzt schwer stürdig vielleicht auch hier drauf stellen ich werfe das und muss ich dich auch rüber werfen beim first night haben wir das geschafft auszumachen es ist ein jünger ich weiß nicht so hoch ich weiß nicht so hoch okay low points point point oh perfekt wir verstehen es richtig ohne borde ach das ist nur zeitlich begrenzt okay und was bringt diesen würfeln ich verstehe es du musst du bist meine sprung plattform oder du musst du musst das stehen und den halten poli ok ja und dann muss ich drauf springen und einfach zu stehen bleiben haben jetzt müssen wir irgendwie rüber die 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 sie wollen wir sind verweckt oder ja ich dachte neues bonus aber die 2 dann ist doch bestimmter dieses eine diese realistische shooter im ersten weltkrieg war ja was für dich oder mir fällt der namen nicht ein campan weiß wahrscheinlich was ich meine ich weiß sogar da habe ich mal ein video gemacht auf youtube ich weiß was am 1 los aber mir weder auch nicht eine setzwelle und sagen es ist immer das ganz andere zu bei der welt ja aber dann haben wir es glaube ich so ähnlich was fangen sie den aber was muss ich damit machen du musst du längst nicht jetzt bei der grüne bis dreimal drin weil vorhin hat die nachrichtigen wieso geringe latenz ist kann irgendwie zu irgendwas zu kommen etwas länger her gewesen ich hoffe dass tschuldigung noch mal werfen nein nach oben das sind points du musst die peter gerade werfen ich muss dich fangen das wird mich mal zu den points und schmeißt mich jetzt mal sehr gut dass man da drauf konnte wusste ich nicht ich glaube ich habe schon gepackt und die peter die peter die peter ich wollte sagen ich war sogar drauf aber das ist es überlassen wir mal du das mal du musst genau und dann muss ich dich fangen ja ich ich Warte, eh, okay. Das ist doch nicht easy, das ist... Ja, nein! Scheiße! Ich hab drück gedrückt. Okay, Moment, ich komm bestimmt darüber. Ich hab eh gedrückt! Ich schwöre, mein Gott! Du kriegst doch nur die Punkte. Oh, fuck! Wer ist von Lissens? Ich hab die ganze Zeit... Oh! Oh, jetzt aber! Jetzt snackt er sich. Wir kommen uns heute wieder hoch. Das ist... Du hast... Gesicht! Oh, herrlich. Hm. Nein! Ich wusste nicht. Ja, ich weiß nicht. Du kommst doch da hoch, oder? Nein! Nein! Du hast eh mehr Punkte wie ich. Was willst denn du? Du hast im Goldraum gesnackt. Du hast im Goldraum gesnackt. Du Arsch! Bäm! Bäm! Voll gegen mich. Okay. Du hast es! Du hast es gegründet. Du hast... Du hast es gegründet. Du hast... du musst es glaube ich hochschmeißen dann gleicht sich wechseln und dann okay verstehst du was ich mein wer wechselt kurz bevor du schmeißt ich wechsel so schnell kann ich ja nicht drücken kannst du es auch mit dem kleinen ja aber du bist ja auch wenn du drunter steht spring hochwerfen und dann fast kann sich einfach noch vorne schmeißen geht es nicht springen werfen geht nicht wir haben auch kurz rollentauschmann vielleicht kriegst du es besser kann ich nehmen mit dem kleinen auch nicht zwar aber irgendwie ich habe aber nicht muss ich doch so wir haben doch hier diesen typen macht dann muss man zu zweit sind guck mal da ist kein das geld für mich ja nein und bei kuh abbrechen du hast ja irgendwie war ich dann nur mehr als die druck ich muss das meine kuh drücken muss ich auch ich achte es geht durch diese wand moment 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 kannst du es jetzt durchwerfen oder ist es nur damit ich hochkommen hier fang mich mal auf mein gott darüber lass mich los ja mein gott ist wieder verpackt okay moment bei mir unten ich weiß nicht mal was nicht weil like ok Okay, 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 okay. Was ist das? Da kommst du nicht hin. Achso, ich muss dir den Würfel bringen. War vielleicht nicht die beste Idee, mich da rüber zu werfen. Moment, ich komm nicht mehr zu dir rüber irgendwie, ne? Na doch, okay. Du kommst hier, aber komm ich noch rüber? Ja, wenn ich dich fangen will, stimmt. Ich schiff ihn dazu. Oh. Mir gefällt es nicht, dass du mich fangen musst. Wenn ich da nicht so Würfel denke, mir wird ganz schlecht. Wann drückst du eh, wenn erst eh erscheint oder schon vorher? Wenn dir erscheint oder? Nur einmal dann oder bleibst du drauf? Ah, ich bin immer drauf geblieben. Nein. Nein. Lol. 72. Oh. Okay. Hä? Achso, du kannst da stehen, ne? Ja. Okay. Ähm. 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 Du musst rüber springen. Ähm. 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 aber nicht zu koordinieren das bleibt mal überlegst du das wenn ich jetzt runter gehen ganz runter sich jetzt stehen bleiben und du gehst ich gehe mal davon aus dass wenn du springst muss ich vorgehen und ich fange ja 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 jetzt hatte ich allein schon 70 oder genau 75 drei sterne geil ja 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 okay hat so ach du musst du musst du siebsel dazwischen tun und jetzt komme ich dadurch oder oder ist der würfel dann weg so aber drüben war ja auch weg ich Hier, da hole. Ich glaube, ich muss dich da fangen, ha? Ich weiß nicht, mal da hoch. Hier muss ich dich fangen, oder? Nee. Geh mal weiter. Ah. Ah. Entschuldigung. Wow. Was? Wie assi. Hä? Leute, wieso ist das Bett hier? Weil das ist voll verpackt. Bei mir ist es gerade, wieso ist es bei dir runtergebrochen? Lol. Der Spiel ist ganz schön verpackt. Guck mal, ich kann nicht hier locker laufen. Ah ja, stimmt. Deswegen fliegst du bei mir. Das war vorhin schon mal so. Ich kann nicht mal ganz gerade rüberlaufen. Ja, dann musst du mich hochschmeißen. Oh. Oh. Richtig? Äh, mich hast du. Oh. Ja. Das Problem ist, ich habe tisch aber nicht. Wir fangen mal drüber eh. Es geht nicht. Heimat. Das ist das Ding. Ah. Ist ein bisschen gut. Da. Dann nehme ich mal auf. Ne noch mal. ein bisschen näher rangehen ich komme nicht so hoch also scheiße wie kommen wir da hoch hey wie bist du jetzt hochgekommen ich fange nicht darüber wie ich fangen kann du kommst du gar nicht so hoch ich glaube du musst mich da auch noch mal fangen oder er oder sollte ich gleich werfen wenn ich so gegen die wand klatsch ich habe du musst links runter und dann runter siehst du das gott ja wir müssen ja ziemlich wieder überholen noch ein bisschen Und jetzt legt raus. Genau. Halt nicht so schnell. Ah ja, perfekt. Also, würde ich hochwerfen. Ich glaube, wir müssen erst die Brücke aufmachen. Ah! Hm. Kannst du dich da festhalten, oder? Hm. Hm. Wie kriegen wir das Ding runter? Hallo? Warte, muss ich dich da durchschmeißen? Warte, geh mal auf die Plattform. Ach, da ich fett bin, dauert das zu lang. Genau so. Fang mich! Perfekt. Ähm. So, ich schaue mal auf Ringe und hochschmeißen, ne? Also, rüberschmeißen, meine ich. Hm. Und die hat gewackelt, ne? Ach, sorry. Das war einfach nur gegen die Wand klatschen. Springen und werfen? Nee. Ach, vielleicht muss ich mich groß machen, wer ein Flug? Ah. Ja. Das kann es sein. Oh Gott, das ist das. Das wird jetzt ein bisschen. Ich drücke Kuh, wenn du gehörst. Du bist so cool. Ja. Du bist so cool. Kommst du da rüber? Ja. Nice. Perfect. Okay. Genau, okay. Du musst das so machen. Entschuldige, ich nehme 6. Mir macht das einfach nur so Spaß. Das ist irgendwie cool. Ja. Ja. Ab zum Herstreich. Die nehme ich mir, weil ich da nicht verschuldet war. Du drückst Kuh, okay? Okay. Nice aber. What the fuck? Was? Digga, Alter. Schauen wir mal ins Stream. Wow. Alter. Alter. Jetzt müssen wir wieder mega timen hier. Oder? Alter. Die Brücke geht mir auf den Sack. So glückst du euch nicht zu den Streamern. Warte, ich versuch sie einfach zu fangen. Oh, weil doch. Funktioniert. Wahrscheinlich nicht so gewollt. Oh, Gott sei Dank hat die Brücke aufgehört. Ob er vielleicht mal kurz irgendwie Neustart oder so ist, weil irgendwie ein bisschen verpacktes Spiel ist. Ja, ich glaube aber, das liegt am Spiel selber. Ich glaube, da hilft meist auch gar nichts. Ja, weil ich halt da vorhin diese Nachricht hatte um diese Latenz. Und nicht mehr ins Spiel. Wir können gerne neu starten, wenn du willst. Sicher. Vielleicht einfach die Lobby vielleicht so neu starten. Ich weiß gar nicht. Weil das rumgepackert ist, ist schon ein bisschen nervig. Weichert es das bei uns beiden dann eigentlich? Ich hoffe. Ich weiß gar nicht. Aber da hab ich auch mal einen. Vielleicht reicht das auch so. Ja, aber dann. Xero. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da oben scheiße mann der will die nicht jetzt haben wir oben oben ist ein schalter ist ein schalter ich glaube diese platte lebensgefährliche brauchen wir den irgendwas da hinten passiert hier mit dem linken ding ich jetzt nicht so ganz wenn wir Oh mein Gott, müssen wir uns da wieder immer hochpumpen? Das ist eine. Oder nee? Nee. Hä? Hoch und dann klein und da... Ach, eigentlich. Verstehe ich es jetzt auch. Du müsstest springen. Zack. 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 Warum hat das gerade nicht funktioniert? Ach, da ist ein Schalter bei mir. Ah, sorry, ich hab gerade geguckt. Warte, bleib mir drauf. Ja. Ja. Oh, ne Errungenschaft. Zerplossomleinem Labor. Oh, Alter. Ich hab das erste Level zurück geschafft. Interessant. 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 Einigermaßen zumindest. Der Wald. Okay. Schauen wir mal. Ja. Das sieht jetzt nicht gerade noch Wochen alt aus. Ah. Das finde ich gerade sogar ein bisschen cooler, weil das ein bisschen Atmosphäre reinbringt. Ja. Ja. Das finde ich auch schlussend. Ja. Das war ein bisschen weit. Entschuldigung. Oh, das war es schon. Weg. Mach mal was. Ähm. Kann ich dich mal nach oben? Einfach nach oben. Ach so. Ach so. Ach so, das ist ein Stachel. Ach so. Ach so, das ist ein Stachel. Ach so. Ach so. Du kannst euch nicht hinnehmen. Ähm. Entschuldigung. Mann, jetzt pass auf. Genau. Doch. Ah. Weck da, weck da, weck da. Kommst du da jetzt vorbei? was sieht jetzt noch mal drauf springen oder oder kann ich ja ja du kommst ja immer noch nicht durch oder doch sterben erst verstehe ich ich bin drüben ja sehr gut es gibt jetzt nicht so ganz er bewirft mich dann einfach und du musst dann springen ja wirst du mich mal vielleicht wenn du etwas weiter der rechts ja genau perfekt ich habe ich habe das gemerkt dass du mir nicht getraut wie soll das jetzt gehen doch okay nur hoch nur hoch das ist was das macht jetzt rafis ein leben nur noch lieber mal direkt mich wiederbeleben bevor hier unglaublich wie darf man eigentlich definitiv ja ich habe immer so gut zu drücken als genug punkte ja unsere punkte das ist einfach nur spaß eine punkte will ich wieder haben du wolltest du wolltest mich nur mal reden nein ich noch nicht aber das heißt wir sind noch nicht einmal richtig gestorben ich weiß jetzt nicht ob man die jetzt so mitnimmt die leben pro level muss man mal schon ein leben haben wir noch ich weiß nicht ich glaube schon ich glaube man könnte sogar so ich weiß nicht aber ich weiß nicht jetzt kommt keiner von uns auf ja, so geht's auch Warte, warte, nochmal Der Wurf ist zu heftig, ne? Ja, ich wollte dich eigentlich nur nochmal hochhören Gleich aufgefangen, hast du gemerkt? Ja, ja, sehr, sehr Aber das war jetzt sogar wirklich nicht mit Absicht Weil, ähm, weil Nee, weil, ähm Ich wollte dich eigentlich gerade auf den Boden setzen, einfach ohne zu werfen Aber der setzt sich ja dann müde auf vorne ab Ähm Lass mich runter Vielleicht etwas schneller Ich muss sie hören Loll Komm, 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 komm Achso, komm, vorbei Scheiße, ich hab's schaster gedrückt Das war noch so ich muss gleich runter kommen ja das habe ich das ist schwer wenn es da hoch ist ich muss dich dann nach oben werfen und dann und dann wenn du oben bist muss ich hoch springen du musst mich auffangen sie machen wir dann mal kurz alter nur noch oben ich weiß wo das knapp jetzt sterbe ich aber jetzt muss ich da jetzt muss man wechseln du musst dich auffangen oder ich sage nicht ganz geil was ich ganz gut ja lustig leicht fordernd nicht zu schwer genau das richtig ist so dass du nicht genervt müssen wir nicht machen genau 70 perfekt wahrscheinlich gibt es auf jeder karte diesen versteckten raum da haben wir bei manchen wahrscheinlich nur die 50 das könnte echt sein nein jetzt habe ich die alle ich habe mich verdrückt das ist zeit okay man kann mir jetzt hat vor oder oder ja ja versteckte raum vielleicht kann nur kurz bekommen wir haben jetzt mal zusammen so ihr das jetzt gerade nicht so ganz also ich muss das so halten oder was damit du darüber mal chance perfekt ach du bist durchgelaufen ich habe nicht gesehen muss ich jetzt hoch bringen wieder ja 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 bleib mal drüben nicht nicht übergehen du musst dich schmeißen ich muss dich fangen was ich habe ich weiß noch nach oben ich mache das immer so du kommst da durch war ich kann schon wackeln mit dem bauch perfekt ja ich glaube du musst du musst mich jetzt scheiße warte kurz wir müssen da hoch muss ich die hochschmeißen nein was ich habe doch nur hier oben oder einfach ein bisschen zu gestorben was tut was ist was ist los hier bei mir spielt es gerade voll verrückt das spiel ist gerade voll verpackt bei mir leute schwebst bei mir ok kommt kommt kommen wir zurück ich schade dass so ein spiel verpackt sein muss bei mir bist du gerade rechts oben ein bildschirm genau geht es jetzt wieder ich nehme dich ich bin noch groß jetzt geht es wieder ich nehme ich habe dich in den händen das glaube ich ja ich lasse dich mal groß ich weiß nicht was mir gerade gedacht perfekt das gleiche unsichtbar bei mir da hier ist der ausgang kommt let's go rechts was das so asynchron ist so ein spiel ich glaube schon mal ich habe auch noch in einem geheimen raum wieder nicht gefunden 합니다 und ist jetzt schon seit zwei stunden ja schlecht man kann diesen müssen wir dann beide irgendwie springen und du musst mich hochwerfen so geht es uns nicht hohe latenz der spielergebnis kann schlechter sein als erwünscht dann ist gerade wieder da weil wir müssen das funktioniert nicht mit zusammen rüber springen da fällst du runter jeder muss sich springen da muss aber eine schnell genug den einen einmal nach oben werfen ich bin dann nicht wenn ich das bringt man ja nicht ich auch jetzt aber ich bin so doof das tut weh weißt den schwierigen teil geschafft und dann verkacken wir uns bei sowas da habe ich jetzt angst das muss jetzt voll verkacken ich habe so ein spiel habe ich ja mal wieder gebraucht ehrlich ganz gut bleib du groß war das wird abbrechen okay noch mal zurück noch mal zurück wir müssen gleichzeitig 321 go ok 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 bleibt mir hier stehen und was so der bürfel da komme ich nicht durch warum sprichst du nicht drauf geben doch gar nicht ach so lol ja logisch das mein fehler entschuldigung jetzt musst du darunter genau du springst du ach so jetzt schmeiße ich den würfel darunter dass er als gegengewicht naja da oben ist irgendwas ich wollte gerade sagen da oben ist doch irgendwas oh gott da oben ist doch das ding ach du scheiße habe ich auch scheiße exakt okay ich darf mich gar nicht bewegen das ist kurz was passiert ok ok nochmal versuch sorry ja da muss ich ganz runter glaube ich weiter schieben aber da kann ich eventuell drauf springen genau da muss ich rüber springen zurück springen was die scheiße da muss er muss ja noch überschrieren genau achte scheiße ja schau an man lernt dazu oder wird jetzt ein speed schon äh wieso komme ich da nicht hoch lustig groß machen und gleich hochgesprungen naja das ging jetzt eigentlich jetzt musst du mir drüber genau deswegen wollte ich nicht umschalten aber da warst du in der luft das weißt du wieder bist du ich nehme dich ach so ich muss dich näher kommst du hin bringe ich auch die ganze zeit ok 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 ich verstehe da brauche ich gar nicht zurück springen sollte das jetzt ich wollte nicht nur absetzen ok ok gedacht ist es das letzte ding also kommt da kommst du mit dem fan kann man mir vor warum waren wir haben wir davor ein 200 mal versuchen müssen kapierst du das wenn man versteht man schon doof an oder was war wieso kann ich dich nein was kommt wieder nicht wir müssen da hochspringer noch nein da warst du wieder ja dass wir da nicht ins wasser fall es ist sicher dass wir da nicht hoch also wir müssen glaube ich hier so hin ich muss sich werfen und dann muss ich immer noch genau genau nein nein oh endlich Leer, leer! Ohhhh! Was? Wunderbar. Ich werde beide hoch. Fängst du mich? Geht es? Okay, ich weiß nicht mehr nach oben. Okay. Noch mal. Jawoll. Ich muss mal runterziehen, aber das ist eine gute Idee. Okay. 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 Wollen wir so? Kommst du, kommst du kurz hoch? Warte, warte, warte. Und jetzt. Okay, jetzt verstehst. Oh nein. Ah ja. Okay. Genau. Hol mich mal schnell hoch. Genau. Lass mich mal runter. Genau. Jetzt habe ich hier drauf. Und du schaffst aufs andere. Oh. Das muss relativ. Genau so. Da schmeiße ich dich nochmal rüber dann. Ich habe den Würfel müssen wir auf so ein Ding stellen, aber aufs andere, oder? da hinten, oder? Ja. Ne, wir müssen es aber erstmal runter tun. Das andere müssen wir runter tun. So. Da muss einer da drauf. Oder meinst du es so? Meinst du es so? Ne. Schieb mal hierher. Schieb mal hierher. Schieb mal mit. Ja. Was ist das jetzt? Ne, kommst du nicht hoch, ne? Ach, genau so. Genau. Schieb mal mit. Warte. 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 Genau auf der gleichen Seite. Stimmt. Ja. Aber ich greife dich da immer, wenn ich eh drück. Das ist mein Problem. Nehme nochmal. Ja. Ne, warte. Netzt. Genau. Zack. Jetzt nehme ich dich. Klein machen erst. Ich muss mich auffangen. Ich muss da ja auch hoch. Genau. Meißen. Ah. Sorry. Ah ja. Ah. Ah ja. Alles klar. Geht ein. Also das hat nichts mit dem Leben zu tun. Also die Frage ist, wenn wir jetzt wieder genug Punkten machen, ob wir ein Leben dazu bekommen. Ja, ich glaube schon, aber da dieses Rädchen ist hier. Warte ist jetzt. Ah, più problema. Bleib. Na ja. Was habe ich diese Zeichen da? Das da und das. Hm. Achso, das haben wir noch nicht abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Oder was? Deswegen Zeitrimm wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Hä? Ah, kein Computer. Ja? Ich will da durchgehen! Du musst dich da hochschmeißen, Brudi. Hm. Oder soll ich dich werfen? Oh! Um. Das war echt schlecht. Oh. 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 Ah, ja. Nein, nein, nein! 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 Oh. Oh, nein. Das ist... Ja, musst du überhaupt hoch? Ja, wir können. Ja. Jetzt mit Absprängnis... Probieren wir mal. Ja. 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 Da müssen wir aber noch mal gucken, was genau wir machen müssen hier, ne? Ja. So, dann... Weil ich fang mich da nicht, das... Ne, das ist zu hoch. Ja? Ja? Ja. Hier, ich nicht zusammen. Meinst du, wenn du vielleicht dann... Oh, warte, ja. Ach so, warte, ja. Genau, so... Nicht erschrecken, nicht erschrecken, bitte nicht runter springen. es ist da hinten nix oder da kommen wir nicht so ein ding wieder so sorry ein fehler dauerhaft springen das ist sauschwer die koordination es ist normal machen dann springst du rüber du musst mich glaube ich hoch werfen doch 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 wieder drauf geht darauf märze so ne passt schon einfach unten lang ja stimmt wir wollten die punkte wollen aber in einem geheimen gang haben wir trotzdem meint ihr wer da oben drüber gewesen ach so wir leben wieder ja na sehr schön ok ja 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 das werfen und ich glaube ich muss mich dann groß machen wenn ich da komme ich nicht hoch ne ich werde dich wahrscheinlich überwerfen müssen ich springe die ganze zeit dagegen ich glaube ein bisschen musste ich runter lassen aber ich habe vergessen warte mal guck genau so aber gar nicht mal mehr so hat kann ich dann wohl was passiert ich glaube ich weiß noch mal mit du musst eigentlich klein machen du musst auch wir müssen gleichzeitig genau jetzt heute noch klein hierüber und jetzt andersrum genau und dann 123 aber das hält relativ lang weg und jetzt oder muss verstehe ich nicht wie kommt es eigentlich oder hole ich jetzt den würfel noch mal aber kurz das sollte man den würfel vielleicht noch mal wohin schieben das ding mal unter das ding und das bleibt in der höhe kann sie nicht schieben alleine dass diese plattform kann man die mal ganz nach oben und jetzt tun wir das aber es bringt das nix mehr so war das am anfang obwohl es bin ich auf der anderen zeit was bringt das aha ja ich kann es ja nach oben du musst dich auffangen muss gleich zu mich auffangen ok und mich dann hochwerten einfach rum ach so ich muss dich dann auch auffangen oder ja 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 nice also oder oder n aber n n probieren ich mache mich mal groß da muss mich auffangen ach du scheiße in der mitte guck mal doch da musst du musst müssen uns beide auf die plattform und eine muss den anderen hochschmeißen den typen hoch hoch das meine polze ja das war mein fehler nein Nein, mach nur mal groß, vielleicht kriegst du es besser noch nicht. Oh, geil. Naja, so ist auch geil. Nicht, nein, das macht nur noch nicht. Nein, nein, ich springe wieder, das kann ja nicht wahr sein. So, da musst du mich wieder auffangen, glaube ich. Ja. Ähm, ich musste mich oben wieder dagegen schmeißen, würde ich dich? Da kommt noch mal hoch. Ja, ich glaube, das... Ja. Juhu. Ähm. Ich da auch hinbekommen. Du musst rüberkommen. Ich muss dich da hochwerfen. Komm noch mal her. Ah, man kommt auch so rüber. Nice. Bald kommt das nächste Leben wieder dazu. Danke. Ja, danke. Schnell euch. Ich habe noch einiges ge ganzen Rủ says. Yes. Das ist schon mal wieder zugegangen. Nein, ich meine, ich bin sehr schön. Ich bin sehr gut. Gleide. Ich bin sehr froh, wenn ich so, noch mehr so. Ich bin sehr froh. hier ist echt gut treiben dass wenn ich runter fallen stelle ich mir hierher und schmeiße ich einfach hoch von 12 da oben ich bin mir nicht sicher fast ja 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 du musst wirklich ganz an der spitze von so einem ding sein oder wenn du es kriegst musst du sofort zurück rennen und ich muss irgendwie dann die plattform ganz schnell nach hinten überlegen wenn du eine spitze bist den würfel hast musst du doch vorne rennen und das ist aber heftiges timing oder kannst du da rechts schon dass ich genau so und dann musst du dann muss ich irgendwie auf rechts 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 ne du musst schon ich dachte ich dachte dass du gehst und dann guck mal wenn ich so hab kriegst du den würfel dann kannst du zurück rennen und eine stufe nach oben also dass du von rechts hoch springt nur eine ecke stehen das ist aber super knifflig okay verstanden geht es von der beschwindigkeit her nicht ach so frage ich nehme die punkte hallo ja aber ja 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 das fast 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 ich wollte dir helfen damit du mehr platz hast du warst aber noch alles was ist ja ja ich habe gerade ja den stream hat hat man kann es vielleicht nur mit drei strichen versuchen ja probiert magst du mal versuchen ja machen wir gar nichts aber so kann sich festhalten aber dann erstmal nix machen du wichser macht jetzt gut jetzt war ich zu ängstlich jetzt geschleudert ein stück ich habe es einfach drauf bleibt da bleibt da bleibt da wenn ich als kleiner jetzt ich war noch nicht bereit was bei mir unter wasser hier nämlich konzentration du hast bei mir voll rumgepackt du warst bei mir unter wasser wenn ich ding drücken jetzt müssen wir uns da abwechseln kann es sein also du springst du nicht das ist alles und dann mal als fetter drauf ja sorry ich habe es kurz ja vielleicht wenn ich draußen bin dann ist da hinten da und dann wird kommen kurz her bitte stelle ich mal als wenn ich hier drauf chumpe ich weiß nicht mal hoch da wird hinten das betätigt ich wollte ich eigentlich das bringt was jetzt einfach mal deine aktion da darüber da musst du vielleicht ah man muss die ganze zeit hin und her ich muss dich fett ich muss mich fett machen das ist cool die mechaniken sie sind richtig geil ja 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 natürlich ich muss auch Oh, der oben! Alter. Nein! Oh! Ah, sorry. Mann, hey, Alter! Das ist... Okay. Nein! 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 Ach du Scheiße. Alter, vom Alter ist das schwer. Nein! Alter, what the fuck? Oh, das ist auf sich. Okay. Scheiße, sorry. Nee. Erstmal. No! Nein! Warte mal, okay. Ja. Alter! Ja, komm mal. Alter, ist das schwer. Lass mich jetzt mal mein Zeug holen jetzt hier, weil das ist schon so viel. das ist doch eines glück oder das ist doch unglaublich fuck man ja ja wow wow ja genau ja fuck shit ah fuck alter okay moment moment okay spring du hast gedrückt hab ich gedrückt oh mein gott sorry oh okay nein nein das kann ja nicht wahr sein boah das ist schwer alter alter oh fuck nein na scheiße nein du hast nicht gedrückt das ist so schwer wenn wir mit ausdrücken beschäftigt dann oh nein oh nice ich komm nicht auf nein 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 das ist sooo knapp so weit waren wir noch nie das gibt's ja nicht das ist sooo schwer oh oh ja es gibt's ja nicht warum für die geschwindigkeit und für die geschwindigkeit das kapiere ich nicht nein nein okay 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 irgendwie man muss sich schon ganz oben kerl nicht hier früh ja 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 jaja jetzt muss ich da einer da hoch weiter Sieh Höhle was machen nicht oder ich wollte ein bisschen höher machen muss ich ja rüberkommens oder und hier hoch jumpen ach so dann kann er eine das rädchen darunter lassen aber nach dem level würde ich auch bekommen ja das ziel ich weiß nicht mehr irgendwo hin und sich ja auch 33 33 hier hochheben man muss mich von da hinten hoch springen und schmeißen einer hoch springen schmeißen macht man auch macht du das du kannst du beschlossen immer wieder gegen diese scheiße hier ja perfekt das ding du musst auch rüber jumpen dann drüber genau schmeißen erst mal nach links belastend zurück ich finde ich auf hat war ich würd dich genau ich würde ich als großer fang weil ich zu ungeduldig also ich muss mich groß lassen erst mal ich werde sogar so hochgekommen weiß nicht weil man kann sich gleich schmeißen moment dann jetzt erst mal eine punkte in ruhe genau darüber genau das kam es das spiel ist echt spaßig erwartet habe ich jetzt auch nicht so krass erwartet gut oder gehen wir mal kurz um die level auswahl zu sehen oder ja ja so ok dann ist abgesehen ich denke nicht noch mal spielen und dann wenn man fertig wahrscheinlich wahrscheinlich hier sind wir sowieso haben wir das noch zwei level im raum 2 und dann kommt ja noch raum 3 und 4 genau ein level oder ok habe ich ja gerade hier gesagt das ist der raum nur sind zwei level dann haben wir hier noch einmal und dann geht es dann ist raum in drei und vier oder es könnte es auch zu raum 2 alles das ist raum 2 es ist raum 3 und das ist raum 4 ok alles klar genau gut dann würde ich aber raus gehen cool hat mir gefallen ja finde ich auch cool dass wir mal mit dem co-op games angefangen haben jetzt ehrlich gesagt weil die haben wir sehr lange vor uns hingeschoben ja gut dann bedanke ich mich schon mal für alle die zugeschaut haben und dann bis zum nächsten mal bis zum nächsten stream ciao 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 ciao